Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade noch am Strahlen, ich mache mich gerade fertig. Und mein Freund ist gerade nach Hause gefahren, nicht, aber zur Arbeit gefahren. Und der ruft mich immer, wenn er kurz bevor er da ist, ruft er mich an und sagt, dass er dann gut angekommen ist. Und heute hat er angerufen und sagte, Schatz, es war ein wunderschöner Morgen mit euch und mit dir. Ja, und ich wollte nur sagen, dass du wunderschön bist. Gott, das ist so süß. Der macht das so oft. Ich bin dann immer voll verlegen, sage immer, oh Schatz. Er sagt immer, ja. Ich weiß, es mir bescheuert, aber ich bin einfach so happy und das hat in diesem knappen Jahr einfach nicht abgenommen. Ich bin einfach mega glücklich und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so glücklich gewesen bin. Wenn ich das in dieser Form überhaupt schon mal gewesen bin. Ja, und ihr merkt das auch. Und ihr schreibt mir das auch, dass man das sieht, dass ich glücklich bin. Und ich bin froh, bin wirklich, wirklich froh, dass wir eine ganz, 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 ganz lange Zeit das nur für uns hatten. Und ich das nicht auf YouTube oder Instagram gesagt habe, dass ich vergeben bin. Und das war einfach schön und das war passend so. Und ich bin halt aber auch froh, dass ich euch das jetzt sagen kann. Und es wird auch mehr Videos geben, wo er mit dabei ist, wo er mich filmt. Aber ihr müsst halt wirklich Verständnis haben, dass er nicht vor die Kamera möchte. Aber man weiß ja nie, ob sich das mal ändert. Von daher warten wir einfach mal. Und ja, ich freue mich einfach, dass er da ist und es ist einfach schön. So, jetzt muss ich mich aber fertig machen. Ich habe mich angezogen und es gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen werde ich mich jetzt nochmal umziehen. Das Problem ist, dass ich super viele Hosen habe. Aber dadurch, dass wir so aussortiert haben in meinem Schrank, ich fast eigentlich keine Oberteile habe. Also es ist übertrieben. Das sind alles Oberteile. Also hier diese Reihe. Aber es ist momentan einfach kalt und kein schönes Wetter für diese ganzen Sachen. Deswegen ärgert mich das ein bisschen. Dass ich nichts zum Anziehen habe. Ich habe auch keine Cardigans oder sowas. Jetzt weiß ich nicht, was ich anziehen soll. Mir ist gerade eben die Kamera auf den Boden gefallen. Und die war ja die ganze Zeit kaputt, weil das Objektiv sich nicht mehr richtig geschlossen hat. Also diese Schutzkappe, die da drauf ist. Jetzt geht's wieder. Gut, Kamera läuft. Dieses Ding ist echt robust. Die hat sich sowas von bezahlt gemacht schon. Aber ich hoffe, dass sie nicht kaputt geht, dass ich mir eine neue holen muss. Weil darauf hätte ich jetzt nochmal gar keine Lust. Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich bei Instagram eine Umfrage gestartet gehabt und habe mal gefragt, was ihr so gerne sehen wollt. Bei Insta zum Beispiel. Und da war, es ist unfassbar, 97% wollen lieber die Storys sehen anstatt den Feed. Und die wollen auch bei Insta oder ihr wollt bei Insta, das nenne ich alle von YouTube bei Instagram, wollen das reale Leben sehen. Klar, bei Insta ist das ein bisschen anders als bei YouTube. Bei YouTube ist es halt eher Reality. Und nichts Fake und gestellt, weil man postet ja hier Videos und keine Bilder. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was möchtet ihr gerne sehen? Ich weiß, dass ihr unwahrscheinlich gerne meine Putzvideos seht. Und es gibt bald ein ganz besonderes Video zum Putzen. Ich habe mir etwas richtig Cooles überlegt und ich habe das noch nie auf YouTube gesehen. Und ich bin so froh und ich werde es auch nicht jetzt sagen, weil nachher klaut mir einer die Idee. Dieses Video wird umgesetzt und das wird auch nicht von mir gefilmt, sondern von meinem Schatz. Das wird richtig cool werden. Ich freue mich da schon mega drauf. Und ja, ansonsten würde mich mal interessieren, was ihr so gerne sehen möchtet. Ich hatte mal geplant oder überlegt, ob ich euch mal einen kompletten Tag mitnehme. Also wirklich vom Aufstehen, mit zur Arbeit, vielleicht ein paar Szenen auf der Arbeit. Da muss ich auch meine Chefin mal fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich so ein bisschen was wegräume oder so. Mit einkaufen und mit dem Hund und die Kinder fertig machen. Also wenn ihr so einen 24-Stunden-Tag, das war jetzt ja nicht, sehen wollt. Also so einen Tag mit mir und mit uns, dann lasst mich das gerne mal wissen. Und Leute, mein Akku blinkt. Ich mache mich mal fertig und dann sehen wir uns vielleicht kurz nachher noch wieder, ansonsten nach der Arbeit. So, da bin ich wieder. Ja, wir haben jetzt viertel vor vier. Ich bin jetzt gerade von der Arbeit gekommen. War noch beim Nägel machen und diesmal sind die irgendwie richtig scheiße geworden. Ich weiß nicht, die sieht irgendwie komisch aus. Ich habe mir Nagellack geholt bei DM, einen roten, ja kurzer DM-Hall. Einmal mein Micellenwasser, das ist wieder leer gewesen. Einmal so Nasentücher, Taschentücher, dann von Fructis diese Sprühkur. Ich nehme die immer, die ist echt gut. Und mein Haarshampoo plus Spülung. Und einmal ein paar Dinkelkekse. Ich liebe die von DM, die sind so lecker. Und jetzt hole ich die Kinder. Ich gehe aber zu Fuß, weil ich keinen Bock habe, mit dem Auto zu fahren. Also beziehungsweise habe ich keine Lust zu tanken. Deswegen gehe ich jetzt zu Fuß und besuche gerade meine Einkaufsdaten. Ich wollte ganz kurz bei Rewe schnell ein, zwei Kleinigkeiten holen. und überlege jetzt, ob ich einen Schal brauche. Obwohl, habe ich die schon weggeräumt? Brauche ich einen Schal? Ich glaube schon. Erzähl das noch mal. Du, äl, ist ein Mädchenschwarm, ne? Nein! Heute haben mich 25 Mädchen verfolgt. Und einer hat gesagt, seine Augen sind so schön wie sein Oberteil. Ihr guckt. Zeig mal. Ja, das stimmt. Seine Augenfarbe ist wirklich so. Ich weiß nicht, dass das morgen auch noch so ist. Gibt es jetzt leckere Spaghetti Bolognese? Ja! Mein Freund. Mein Freund. Was machst du? Geh weiter. Los, geh. Du stehst im Weg. Komm. So. Kam gerade an. Und da standen schon zwei Freundinnen von Lea vor der Tür. Die haben sie abgeholt, um auf den Hof zu gehen. Und ich werde das jetzt nutzen und mir die Nägel lackieren. Ja. Ich wollte mir nämlich nicht rotes Gel machen, weil wenn das rauswächst, sieht das immer so komisch aus. Deswegen dachte ich mir, mache ich mir normal die Nägel und lackiere sie. Mal gucken, ob ich das gut finde oder nicht. Ich teste das erstmal mit einem. So. Ich habe jetzt die Nägel lackiert. Ich wollte eigentlich nur einen machen. Aber kennt ihr das? Dann seid ihr so in Trance und im Fluss und dann lackiert ihr und lackiert. Also ich kann sagen, dass diese Trended Up Lacke sich sehr gut lackieren lassen. Und die Farbe sieht so aus. Sie sieht jetzt in der Kamera ein bisschen knalliger aus, als sie ist. Eigentlich ist es etwas dunkler. Aber ich weiß nicht, wie es dann nachher in der Bearbeitung rüberkommt. Ja. Mein Freund hat sich rote Nägel gewünscht. Also bekommt er sie auch für einen Tag. Oder so. Ja. Danach mache ich das wieder ab. Und werde das vielleicht rosa machen oder so. Mal schauen. Ich kann nicht gut Nägel lackieren. Von Weitern sieht das gut aus. Aber man darf bloß nicht zu nahe daran gehen. Jetzt warte ich, bis das trocken ist. Und dann wollte ich kochen. Ich habe Hunger. Also warte ich jetzt kurz 10 Minuten. In der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal diese Hose hier zeigen. Also. Die habe ich eben nochmal ganz kurz gezeigt. Und die sieht so aus. Und ich wollte unbedingt eine haben, die unten so angefressen aussieht. Ich finde das voll cool. Die sieht angezogen so, so schön aus. Ja. Die ist richtig hübsch. Ich habe die bei Bertka bestellt. Die gab es auch bei Asos. Oder Asos. Aber da war die auch ausverkauft. Und jetzt ist sie wohl laut meiner Insta-Mädels auch ausverkauft. Nachdem ich die verlinkt hatte. Die kam so gut an. Ich habe so viele Nachrichten dazu bekommen. Und ich finde dieses Blau passt mit dem Rot richtig gut zusammen. Im Übrigen war ich schon einkaufen. Und das werde ich jetzt gleich mal aufhören. Heute gibt es Spaghetti Bolognese. Und gestern hatten wir Ramen. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal selber gemacht. Und ich habe die falschen Nudeln gekauft. Ich habe Udon-Nudeln gekauft. Aber funktioniert auch sehr gut. Die sind zwar nicht so dünn oder flach wie Ramen-Nudeln. Aber die sind auch lecker gewesen. Also die fanden wir auch ganz gut. Und dann habe ich die hier noch geholt. Die sind auch super, super lecker. Ich liebe asiatische Nudeln. Ich liebe asiatisches Essen überhaupt. Generell ganz, ganz doll. Und das hier ist die Miso-Suppe. Das sieht immer so ulkig aus, wenn man die dann einmal rührt. Ja, das ist die Miso-Suppe. Und die Nudeln sind alle. Ja, so sehen die dann übrigens aus. Ja, ich muss noch Küche aufräumen. Also das ist die Realität. Muss ich noch unbedingt aufräumen. Spülmaschine ausräumen. Machst du das? Ja. Und da kommt mein Paket endlich. Wartet. Was ist denn los, Schatz? Was ist denn? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Was ist denn los? Ich habe nichts dabei, Schatz. Der ist so lieb. Ich mag den so sehr. Das ist ja einer der besten DHL-Fahrer. Man muss sie auch mal loben, ne? Die es gibt. Leute, endlich ist mein Paket da. Und guckt mal. Das kann man nicht sehen. Ich habe mir direkt ein Nagel angedötscht. Das war ja klar. Ich und lackierte Fingernägel. Das gibt keinen. So, ich stelle euch mal hier hin. Und dann zeige ich euch, was ich bestellt habe. Ich freue mich richtig. Kann man das so aufmachen? Nö. Ich glaube, ich lackiere meine Nägel gleich wieder ab. Das ist irgendwie... Das wird morgen schon wieder nicht schön aussehen. So, ich habe mal die Location gewechselt. Und zwar, wisst ihr, das ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung oder so. Mir keine Angst haben. Hoppala. Habe ich mir selber gekauft, weil ich das echt cool fand. Uh, das sieht voll schick aus. Ich benutze... Und das ist der zweite Fingernagel, der im Eimer ist. Okay, wir lassen es mit den roten Legen. Ich hätte sie mir besser doch mitgegenmacht. Okay. Ich benutze seit drei Monaten von Asam Beauty das Make-Up. Dieses Magic Finish. Und ich liebe es. Am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nicht so begeistert. Aber mittlerweile finde ich das richtig gut. Und ich habe mir jetzt Gesichts- und Augencreme bestellt mit Kollagen, weil ich schon... Ich brauche es einfach. Und das sieht voll schick aus. Guck mal, du bist schön. Ja. Kollagen Boost. Ich habe natürlich vorbildlich einen Rabattcode von einem anderen Blogger benutzt. Ja. Das ist einmal die Augencreme. Und das ist einmal die Tagescreme. Ich mache das mal auf. Und dann rieche ich mal dran. Ich hoffe, die riecht gut, weil ich kann es nicht ab, wenn die Creme stinkt. Dann wird mir nämlich schlecht. Ich bin nämlich voll pingelig, was Gerüche betrifft. Und dann benutze ich das nicht. Und das wäre schade. So. Okay. Noch eins. So meine Nägel halten heute so nicht. Wie kriege ich das auf? Was ist das jetzt? Die Augencreme. Die ist sehr, 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 sehr flüssig. Ja, es ist jetzt nicht die geilste, 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 nicht die gut riechendste Creme. Aber ist okay. Jetzt will ich mir auch die Konsistenz angucken. Mann. Das ist wie die Maus vom Speck oder vom Käse. Ich hasse Verpackungen. Mein Freund würde sagen, geh doch einfach auf und hol dir eine Schere. Ich bin zu faul. Ah, okay. Hier ist der Deckel etwas anders. Da ist der glänzend. Hier ist der matt. Das ist jetzt die Tagescreme. Ich bin so gespannt, wie die ist. Da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Ah, okay. Die ist richtig fest. Oh, die ist richtig, richtig fest. Boah, die ist so weich. Oh, das füßt sich voll cool an. Bin ich immer echt gespannt, ob die gut ist. Okay, die riecht besser. Also die riecht viel besser als die Augencreme. Muss ich mal ausprobieren. Ich kann euch ja mal gerne eine Review dazu geben. Freiwillig. Auf Insta. Könnt ihr mir sehr gerne dort folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Ja, cool. Werde ich jetzt mal auf meinen Schminktisch packen und dann werde ich mal den ganzen Müll hier wegschmeißen. Leute, ich habe Kinderbesuch. Gerade standen die Mädels, also Lea und ihre zwei Freundinnen vor der Tür. Die waren ja auf dem Hof, aber jetzt sind sie drin. Und die hören gerade Toni-Boxen, sind sich am streiten, welche sollen sie zuerst hören. Und Joel ist mittendrin der arme Kerl. Ja, ich werde jetzt hier Wäsche abhängen. Küche habe ich schon sauber gemacht. Ja, ich hänge die jetzt ab und dann wollte ich hier einmal durchsaugen, das Sofa absaugen. Und dann später, wenn alles im Bett liegt, werde ich hier einmal durchputzen, damit mir hier auch keiner durchrennt. Und ich muss sagen, diese Hand sieht echt gut aus mit dem Lack. Die wollen an und die Katzen streichen. Jetzt suchen sie die Katze. Mama, komm ein bisschen heraus. Katze, Schmusi. Die ist geil direkt. Und danach hast du das gemacht, du? Ja, ich habe gesagt. Aha. Du duschst, Lea ist die Katze und ich koche Lili-Bütte. Ganz kurz. Trägst du jetzt in die Küche? Komm, und da hat mein Schatz an. So, die Bolognese ist in der Zeit fertig. In der Zeit, wo ich mit meinem Freund telefoniert habe. Das Wasser kocht immer noch nicht. Das ist der schlimmste Kessel überhaupt. So, Joel hat jetzt fertig geduscht. Und ich werde jetzt mal die Kleine duschen. Das kann Toni nur noch eines tun. So, ich habe es geschafft. Also, bevor ich mich umziehe, zeige ich euch einmal diese Jeans. Wie gesagt, ich hatte die schon mal in einer anderen Größe da. In 38, da war die aber viel zu locker. Und die hier passt perfekt. Die ist richtig schön. Ich mache das mal hier rein. Die ist ein bisschen fester vom Stoff. Aber finde ich echt gut. Und die ist sehr weich und angenehm. Also, ich finde die sehr, 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 sehr schön. Und werde die auf jeden Fall behalten. Ich freue mich, dass ich wirklich eine gefunden habe, die so ist, wie ich sie hätte gerne haben möchte. Meine Güte, es ist schon spät, Leute. Ja, finde ich gut. Sehr schick. Falls es die noch gibt, werde ich sie euch verlinken. Aber so wie es aussieht, ist sie ausverkauft. Und ich ziehe mich jetzt mal komplett in meine Schlabberklamotten an. Und ich werde nicht mehr die Wäsche abhängen, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe das bisschen abgehangen. Und danach hatte ich schon keinen Bock mehr. Ja, werde mich jetzt in meine Kuschelsachen schmeißen. Und dann was essen. So, frisch gewaschen. Sehr schön. Piep, piep, piep. Wir haben alle lieb. Guten Appetit. Das füllen wir aber noch. Mama, das geht eigentlich gut. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Jeder isst so viel, er kann. Nur nicht seinen Nebenmann. So. Guten Hunger. Danke. So, ich habe es geschafft. Ich sitze auf der Couch. Yes. Ich bin fix und alle. Und wisst ihr, was ich mir jetzt noch gönne? Eins. Und zwar diese Milka-Konfekt-Eis. So, so lecker. Leider. Ja, das werde ich mir jetzt gönnen. Ich habe mir auch schon meinen Laptop hierher geholt. Und werde jetzt dieses Video schneiden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in zwei Tagen wieder. Ich versuche jetzt wirklich, alle zwei Tage ein Video hochzuladen für euch. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne Video-Wünsche in die Kommentare schreiben, was ich gerne drehen soll für euch. Was ihr gerne sehen möchtet. Und dann mache ich das sehr gerne. Ja. Ich werde dann morgen weiter filmen für euch, dass ihr dann in zwei Tagen wieder ein Aufräum-Video habt. Das wird sich dann lohnen. Morgen ist schon Freitag. Dann habe ich da auf jeden Fall genügend Zeit zu. Und ja. Jetzt werde ich mich mal an mein Video machen, damit ihr auch was zu gucken habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Tagen. Macht's gut. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bye, bye.